Und was sagen die Gelehrten dazu? Stimmt alles nicht? Ist alles erstunken und erlogen? Was den historischen Aspekt anbelangt, muss man den Effekt von Magie auf den heiligen Propheten als bestätigt ansehen. Aber geht ja noch weiter. Um Mohammed. Eine Frau hält Mohammed für besessen. Ich sehe nichts anderes, als dass dein Satan dich verlassen hat. Jetzt ist doch die Zeit, dass Mohammed oder das Jibrael ihm was offenbart und sagt, nein, nein, da ist kein Satan, du Lügnerin. Was heißt es? Dein Herr hat dich weder verlassen noch gehasst. Das ist das, was Allah ihm offenbart. Von wem hat die Frau nochmal gesprochen? Ich sehe nichts anderes, als dass dein Satan dich verlassen hat. Und er sagt, nein, nein, der hat dich nicht verlassen, dein Herr. Und auch nicht gehasst. Was sagt das? Also das impliziert, dass Allah sich selbst für den Satan gehalten hat. Also, oder? Erklärt mir, wie ich es anders verstehen kann. Aber es geht noch weiter. Die Quraysh halten Mohammed für verhext. Nicht nur irgendeine Frau. Die Quraysh, sein Stamm. Ihr folgt doch nur einem Mann, der einem Zauber verfallen ist. Und natürlich wird gesagt, nein, nein, die zweite Vermutung ist nicht richtig, denn sie meinten damit, dass er unter dem Einfluss von Sir, Magie, stand, der ihm Träume sehen ließ, in denen er diese Worte lernte, die er rezitierte. Einige von ihnen sagten, er sei ein Dichter, ein Wahrsager, ein Verrückter oder ein Zauberer. Ja, das hat er selber gesagt. Das sagen nicht nur einige, das hat er selber. Aber immer und wieder und immer wieder und immer wieder war er dieser Überzeugung und wollte sich umbringen. Ihr folgt ja nur einem Mann, der einem Zauber verfallen ist. Das haben die Ungläubigen gesagt. Die haben gesagt, das ist doch klar, guck mal, der ist verzaubert. Ihr folgt nur einem Verhexten, einem Betrogenen, dessen Geist überwältigt ist. Das haben die gesagt. Und die Mekaner haben Mohammed auch für besessen gehalten. Und sie sagen, er ist ja für wahr besessen. Wenn sie dich den Koran rezitieren hören. Hier sieht man mal, wie begeistert die Menschen in Mekka von Mohammeds Koran waren. Wenn die gehört haben, wie Mohammed den Koran rezitiert, dann haben die gesagt, der ist wirklich verrückt. Der ist wirklich verhext. Klingt nicht, als wenn die so begeistert wären, als wenn die so, oh, der Koran ist ja so wunderbar. Keiner kann eine Suche wie diese hervorbringen. Steht ja nichts davon. Ich sage, guck dir mal den Verhexten an, der ist doch total verrückt. Und wer den Koran liest, darf sich selber mal ein Urteil bilden. Und der Allah, was sagt der, bringt ja Gegenargumente. Du bist durch die Gunst deines Herrn weder ein Wahrsager noch ein Besessener. Nö, nö, alles in Ordnung. Punkt. Alles in Ordnung. Das ist alles, was Allah zum Thema zu sagen hat. Kommen da keine Argumente, kommen da nicht. Ich meine, Jesus wird es auch mal vorgeworfen. Und Jesus bringt drei Argumente und widerlegt das auf der Stelle. Bei Allah kommt nur, nö, 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 alles in Ordnung. Keine Bange. Bist du seltsam, oder? Und die Frevler sagen, ihr folgt keinem anderen als einem verhexten Mann. Allah sagte, das heißt, sie haben dich beschuldigt und belogen, als sie sagten, du seist ein Zauberer oder Verhext oder Verrückt oder ein Lügner oder ein Dichter. Aber das sind alles falsche Vorstellungen. Jeder, der ein wenig Verstand hat, wird erkennen, dass sie lügen. Ist es so, dass jeder, der ein bisschen Verstand hat, erkennt, dass es gelogen ist? Echt? Ich meine, die islamischen Quellen sagen, Mohammed war verhext. Das sagen nicht die Heiden, die Ungläubigen, die die Mohammed nicht leiden können, nicht die Kureish, nicht die... Das sagen die islamischen Quellen. Hier, Sahih al-Bukhari, der Gesandte Allahs wurde verzaubert. Hätte fast gesagt, schwarz auf weiß, nein, gelb auf schwarz. Und was sagen die Gelehrten dazu? Stimmt alles nicht, ist alles erstunken und erlogen? Nach den Traditionen war der heilige Prophet unter dem Einfluss von Zauberei gekommen. Und er erkrankte davon. Was den historischen Aspekt anbelangt, muss man den Effekt von Magie auf den heiligen Propheten als bestätigt ansehen. Und ich meine, wer sagt denn sowas? Wer sagt denn, dass man das als bestätigt ansehen muss? Weil da kommt ja dann der Asem und sagt, nein, nein, der Klaus, der lügt wieder. Der Klaus, du lügst so. Ich meine, wer gibt denn dem Klaus Recht? Dies wurde von Bukhari, Muslim, Nassai, Ibn Majah, Ibn Ahmad, Abdur Razak, Humaydi, Baihaki, Tabarani, Ibn Saad, Ibn Mardajah, Ibn Abi Saiba, Hakim, Abin... Ich meine, oder? Aber keine Bange. Das wird... Ich meine, wer ist schon Al-Bukhari? Wer ist schon Muslim? Wer sind es schon im Vergleich zu den Widerlegungsvideos machen? Zu Asem? Da muss doch jeder islamische Gelehrte zittern, wenn Asem kommt und erklärt, dass das doch alles gar nicht stimmt. Und dann bringt er noch den Markus, den krassen Markus, und dann bringt er noch einen anderen Sheikh, dessen Namen ich nicht mal aussprechen kann. Und die sagen alles, ja, stimmt gar nicht, oder ist nicht ganz so, oder ist irgendwie doch richtig, oder was auch immer die alles sagen. Aber das, was ich sage, wird einfach gedeckt von den wichtigsten islamischen Gelehrten.